In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Was ist dieser beschissenen Drecksraum drin, Alpheier? Man kann ja nicht veratmen. Paragrafenzeichen 49 hat gerade ab. Oh mein Gott, Jack! Oh mein Gott! Hör auf damit. Ey, heute, wer macht die bessere Torte? Richtig geil. Leute, viele haben dich gewünscht, ehrlich, ja? Aber wir haben einen Systemwechsel gemacht. Das heißt, ich, du fette Schwein, geh mal von meinem Bildschirmwechsel raus, du, ja? Wir haben einen Systemwechsel gemacht. Jeder hat sein eigenes Rezept rausgesucht. Ich mache meine Torte nach meinem Rezept. Er macht sein Rezept nach seiner Torte. Warte einfach, okay? Sollen wir holen, was wir besorgt haben? 1.887 unterstrich, dann hat er im zweiten Monat abonniert. Ey, das heißt, wir haben einen Mixer, einen Stabmixer. Kervo 9781 hat Chiesemigut ein Subgeschenk. Kervo 9781 duftet hier ein Subtut, Chiesemigut. Das ist weiß, Bruder! Sorry! Oh, Junge Jakob, Junge, was machst du denn? Bruder, 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 Bruder! Nein! Nein! Oh, bitte! Nein! Nein! Der ganze Boden ist weiß jetzt, ja? Nein! Das ist auf jeden Fall mein Rezept. Ich mache eine dreifache... Oh mein Gott! Eine dreifache Nutella-Torte! Oh, Chies, ja, nein! Oh, Junge, ja! Ja, ist er auch! Der kriegt nichts gebacken, der fette Schwein, Junge, ja! Ja, ja, ja! Hab ich nicht mehr gekommen? Hier auch, du dummes Kind, Alter! Oh, Bruder Jakob, Alter, ja! Und der ist wieder hier! Mein Vater hat immer gesagt, der am wenigsten hat er... Und meiste mal was? ... die coolen Torte. Was? Ched, was glaubt ihr, er macht die bessere Torte? Ched! Und jetzt... JORDAN! Schön! JORDAN! Aber ich bin dabei! Vergiss nicht, ey! Kannst du einem zeigen, wie das geht? Gleich kommt ein Koch, der bewertet Aussehen und Geschmack, ne? Okay, vorher kennt ihr... Oh, weh, weh, weh! Was ist das für eine Pizza, Junge? Junge, ich hab mir Boden geholt sogar, ja? Seht ihr, Chad? Er holt sich Boden, ich mach meinen Boden. Ich mach jetzt erst ne Cremefüllung, ne? Die Füllung mach ich mit Schlagsahne. Was denn? Freunde, 200 Gramm Kekse brauchen wir. Was ist 200 Gramm? Oh, ich bin... Ich schwöre, ich hab ne Vorstellung, ne? 60 Gramm Butter. Meine Vorstellungskraft ist wirklich krass, Bruder, ja? Ich mach ne richtig geile Creme mit Nutella-Geschmack. Wie geht das an? Wow, wow, wow! Ich mach dich selber! Das ist das Problem, Bruder! Oh, ja! Oh mein Gott, das klappt! Ja, ach nee! Shit! Ich weiß nicht, wie lange man das machen ist, ne? Oh mein Gott, das schmeckt das krass! Oh mein Gott! Hier, guck, das mein ich! Das wird jetzt grad so ne Cremeartige Form und damit mach ich so nen Turm, weißt du? Shit! Shit! Uhohohohohoho! Hey! Ey! Chet! Bruder, das geht gleich schreit, du! Bruder, Bruder! Wenn du was machst, halte ich auch meine Fresse, du! Ey! Warum hab ich das angemacht? Pack jetzt schwarzen Boden hier hin. Dann packst du hier die Paste drauf. Boah, stark ehrlich. Chat, wenn ihr wisst, ey. Den werde ich jetzt hier hinlegen. Ja, lach doch heutzutage. Chat. Warte. Ah. B. Bruder, Jakob, ja. Was denn? Oh, Chat. Nicht die erste Seite. Boah, das war knapp. Ich schwöre, das war knapp. Ich schwöre, ich hätte Koch werden sollen. Ich schwöre. Seht ihr? Einmal Frischkäse. Die heute nicht so armen Routen haben, ja. Ich schwöre auf alles. Ey, ich mach gleich noch den Teller hier sauber, ne. Aber, guck mal. Das ist ein www in den Chat, Alter, ja. Ey, ey. Was machst du? Schönen, schönen. Mach raus, mach raus. Schönen. Ah. Was ist das? Bist du doof? Was ist das? Wasser. Pack das weg, brav. Pack das weg, das Brett, doch. Pack das weg, das Brett. Wie macht das weg? Ey. Ah. Ich schwöre auf meine Mutter. Pack das doch weg. Ja, was denn? Pack das weg, es brennt doch gleich. Pack das weg. Wie denn? Runtert vom Herd. Wie denn? Weiß ich nicht mehr. Mach das weg. Schönen. Mach das weg. Mach das runter vom Teig. Runter vom Herd. Mach das doch runter. Alter, ins Ritzel. Schönen. Mach das doch runter vom Herd. Wie denn? Wie denn? Nimm das. Nimm euch das Platz in jede Richtung, Bruder. Das ganze Boden bret doch gleich. Oh. 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 Das geht nicht auf Boden. Ey, alles läuft gut, Chef. Ey, Twitch und TikTok, alles läuft gut. Alles ist geprüft hier. Halt doch mal deine Trittchen. Komm her, wenn du mal bist. Komm her. Mann, das ist kein Spaß. Pack die Scheiße drauf, Bruder. Mann, das geht doch nicht. Bist du confused, oder was? Was ist confused, Bruder? Ungern geworden. Was ist mit dem, der das gepatzt ist, Bruder? Hauptsache, dann packst du auf die rechte Seite. Packst du auf dem, äh, irgendwo auf dem... Mit dem zu reden, macht Versehen, Geschwurre. Bist du ein Sonderschüler, bist du ein Sonderschüler. Dir zu helfen, Bruder, das ist... Oh, Shit, Mann. Die kann man nicht mal helfen, Bruder. Ich hab keinen Bock mehr umkochen, ja. Ich knall die Kuchen, also ich soll mal ein Faller essen, ja? Ich knall dich, Alter. Come on, Shit. Meine Steps muss ich zeigen. Hier, jetzt haben wir Kinderriegel drauf. Oha, was ist das? Guck mal meine ab. Meine Torze ist 10 Meter groß, ja? Das ist mein Boden. Ey! Torben! Torben! Wach raus! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alles gefickt, Alter, alles gefickt, Alter. Oh mein Gott. Die ist am Schraubriss. Trock dir das mal schnell. Schnell! Mann! Schnell! Trock dir das! Ey, Bruder, ich glaub, das schreckt, ne? Ja. Oh mein Gott, ey. Boah, der ganze Boden ist geätzt. Oh mein Gott, Shit! Ey, der Boden ist geätzt. Oh mein Gott, ja. Shit! Boah. Boah. Tschüss. Das ist der blaue Boden, da drunter ist alles weggeätzt. Oh, Shit, du hast da was, der weiße ist weggeätzt. Ein Weg für Sammy, ja? Ein Weg für dich, Alter, ja? Hahaha. Shit! Ich schwöre, du nimmst meine letzten Nervenkosten aus meinem Leben raus, ja? Ja, Bruder, Alter. Oettinger Malzbeer, Junge. Oettinger Malzbeer, Junge. Fast wäre man Fuß hier abgera... Hahaha. Du weißt, was ich mein, Alter, ja? Oh ja, 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 Shit. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's noch gerettet. Ich schwöre, ich hab's noch gerettet. Ich hab's noch gerettet, weil ich bin einfach Nils Armstrong, Junge, ja? Was ist Nils Armstrong, Junge, ja? Das war der erste Techniker, Junge, ja? Ich weiß nicht, der auf dem Mars war oder Mond? Im Mars, Junge, ja? Guck. Stark. Stark. Guck mal, ich nehm jetzt ein Papier und damit mach ich das glatt. Ich schwöre auf alles, wenn ich diese Torte sehen würde, ich würde die im Laden kaufen. Ich schwöre auf meine Mutter. Du weißt schon, dass das jemand probiert, ein Mensch probieren muss, ne? Kein Tier. Was machst du? Was machst du, ey? Was machst du? Ey! Was machst du mir in die Fresse, wie ein Fettschwein, Alter, ja? Der Typ hat wirklich geistige, zutriebene Störungen, Alter, ja? Einen in der Mitte. Bisschen Puderzucker. Oh ja, das klappt aber. Ey, Chats! Ich schwöre, ich hab mich noch gut gerettet, ja? Ich hab mal nicht viele Stärken, aber das ist eine Stärke. Unite 2412 hat im 8. Monat abonniert. Jordan, Selmer hat auf deinen Kuchen gespuckt. Ich schwöre auf meine Mutter, nein? Ich schwöre auf meine Mutter, ich hab gar nichts mehr. Lass auf zu lügen, Alter. Seid mal ehrlich. Das sieht von meiner Seite aus viel geiler aus. Hab mal mein... Ja, das wäre hell! Ey! Ey! Mann, Cousine, wie geht's dir? Bo, das ist ein Lotoskuchen. Come on, baby! Ich weiß, was du das machst, man muss mal nach hinten gehen. Ey, ey, du hast hier zwei Torten. Das ist eine, ich erkenne die meine, das ist eine Nutella-Torte, ne, mit Früchten. Das ist Lotus al-Fukari. Das kommt aus den Ungarischen, Argentinischen. Man denkt, das ist ein normaler Kuchen, aber bei dem wird das alles gemixt und einfach nur einmal gerund. Und die Lotuskekse kommt drauf mit dem Puderzucker, dass das eine diagonale Messe hat. Deswegen, der Geschmack ist sehr intensiv. Die Butter habe ich angeweicht und die Knospen sind sehr hart. Das ist auch mit Wasser und Öl gemixt. Das sieht man so in Deutschland leider nicht so oft. Habe ich heute auch mal ausnahmsweise gemacht, mit weichem Lotusgeben und das ist dabei rausgekommen, ein bisschen Puderzucker. Muss man halt nicht machen, kannst du auch hier in einer Ecke abnehmen und so ist mein Lotuskuchen entstanden. Ein Applaus für Joe. Erstmal krass für deine Sätze, weil du hast ein weites Spektrum. Normalerweise. Kannst du das mal so machen? Ja. Der stinkt. Der stinkt. Ja, weil ich für nicht gekocht habe, wie machst du hier eigentlich Gründe? Der ist am Schwitzen beim Kochen. Ey, Tim. Also, dein Kuchen ist so eine starke 8 von 10. Ja? Ja. Und meiner? Also, guck mal, ich check, was du machen wolltest. Du Lonteskuchen und so, ne? Erinnere dich, ich habe gesagt, das ist der Ungarische. Also, der Deutsche. Ungarisch-Argentinisch hast du gesagt. Boah, du passt auf. Aber eigentlich ist doch auf der Unfall eine Schicht drauf. Du kannst deinen Kuchen erzählen, Bruder. Ne, 9, 10. Also, ich muss sagen, ne, das mit dem Puder und so, das ist schön gemacht. Also, es ist klar, was du machen wolltest, aber richtig gelungen ist es nicht. Aber, Kuntz, es liegt in der Maul, du bist betrachter. Das muss man erwähnen. 4 von 10. Ey, also, Schau mal dir mal 6 Kuchen, dann guck mal deinen Kuchen. Oder es gibt Leute, die haben nichts zu essen, und du sagst 4 von 10. Ja, das ist wenigstens 6. Also, war das bis morgen früh erst? Ich spiele es, Alter. Du hast ja ganz gut auf den Sehplatz vier Tage, ne? Das ist ja ein Stück, Alter. Warte. Das ist richtige Dings. Guck mal. Daniel, das ist süße. Boah, Bruder, was ist das für ein Stück, ja? Du hast alles mal in den Kopf. Ist komplett. Mach von oben nach unten ein Bild. Ich bin zufrieden, wie will denn das essen, Bruder? Das ist aber schon ein Nachteil, ne? Schau mal. Wie mein Kopf ist schön. Aber das ist eine Torte, Bruder. Eine Torte ist immer groß. Das weißt du selber. Ey, der Bohnen, Junge, der ist frisch. Boah, schmeckt ganz ehrlich. Schmeckt gar nicht. Das hier riecht schön aus. Schmeckt gar nicht. Lass uns mal probieren, was willst du von der Ecke? Boah, ist das so hart hier, Bruder? Boah! Ey, aber das war ein geiles Geschmack-Konzept, ne? Auf jeden Fall. Chins! Dick hier drauf. Reich, reich, dick hier drauf. Wir haben dich. Wir haben nichts. Dick hier drauf. Boah, der spruch ist um die... ...durch probier nicht aufessen, Junge. Der ist... Sind da Steine drin, sehr ehrlich. Was machst du hier? Der gibt einen Tuch ab vom Boden, ja? Ja, Junge, Alter. Na ehrlich, hat der geschmeckt? krass. Ich bin auf meine Mutter krass. Einfach ein bisschen. Ist einfach, ja. Bruder, wie Fufu, ja? Ist das Fufu? Ist das Fufu, Bruder? Hä? Junge, du kleiner... Ich will dich hier nicht beleidigen. Ja, ich probier's. Was an Opfer. Ich will auch mal probieren, warte. Ey. Ich will auch probieren. Ey, wo ist das? Ich schwör auf meine Mutter, das ist... Was hast du da reingetan? Was hast du da reingetan? Probier mal. Was hast du da reingetan? Probier mal. Das schmeckt nach Mehl, Bruder. Probier mal. Ah, was ist das, Junge? Was machst du da für ein Essen, Junge? Was hast du da reingetan? Probier mal. Ich hab's mal probiert. Probier mal. Was hast du da reingetan? Schmeck nicht. Der ist Keks, der nachschmeckt nicht. Ich mach das hier. Ich hab doch schon gegessen, das schmeckt nach Müll, Junge. Was ist das aber? Was hast du da reingetan? Ach stimmt, etwas mit Frischkäse. Wie Schramm, Bruder. Du bist ja erwacht mit Frischkäse. Check, was ich auf euch gehört habe, ja? Geschmacklich geb ich dir eine 9 von 10 und den 0,5 von 10. Ja. Bruder, was ist das denn? Ich schwöre, das schmeckt. Du musst das einfach Wings essen. Nein, nein. Du musst komplett nehmen. Probier mal komplett. Probier mal, wie ich so komplett mit den Fingern rein. Komplett. Was ist das? Meine Geschmacksklinik, die sind explodiert, ja? 100 Kilo Butter. Guck mal, das nennt man doch mal eine richtige Torte. Bruder. Schneid doch mal, wir haben ja hin. Du hast gerade abonniert. Probier mal komplett. Man merkt, was bei dir Gelatine drin ist, ja? Ich schwöre? Ist da Gelatine drin? Ey! Boah, das ist Schokolade. Wo ist da Gelatine? Bruder, das ist pflanzliche Gelatine. Ja, pflanzliche, das ist doch nicht schlimm. Doch, Bruder. Das ist ein neues Gesetz, Junge. Ja, hab mich gefreut, dass du dabei bist. Willst du auch was sagen? Ich will dich hier nicht mehr sehen.